Hallo und herzlich willkommen zu Skywise Minecraft Survival Folg 338 Ich habe jetzt aber kein Ding gemeldet Ich habe schnell nachgeschaut, so für so einen Blockswapper Aber ich habe hier keine so gescheide Lösung gefunden So auf die schnelle Ich habe aber eine andere Idee gehabt, eine ganz einfache Ich habe aber auch jetzt noch... Genau, ja, okay Dann probieren wir die andere Möglichkeit, also Mini-Demo, aus Ja, habe ich gesehen So, jetzt müssen wir die Night Vision Und da bestimmt nicht ganz Und da bestimmt nicht ganz Bitte, jetzt Bitte, jetzt Ja, da würde ich mich Ja genau, die ganze Armee. 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 Ah, der Regen hat aufgehört. Gut. Jetzt noch Sachen zum Aufsammeln. Ja. Hey, der Pico ist fertig repariert. Gut. Perfekt. Gut. Töstung ist auch noch gut. So, Regen vorbei. Der Phantom ist auch keines gekommen. Äh. Ahja. So, gut. Gut. Also, meine Idee ist gewesen. Eigentlich das, was auf der Hand liegt. Moment. Gut. Jetzt noch etwas, was gefährlich wird. Gut. 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 Nichts, nicht. Alles nicht. Eine Brüge. Also. Wenn es hier runter geht. Jetzt brauchen wir eine sticky piston. Jetzt muss es oben dran und unten dran wahrscheinlich Ding sein. Schätze ich mal. Etwas, was durch. Glitcht. Oder auch nicht. Ah, es schiebt gerade aus. Also das muss nicht schieben. Oder auch nicht. 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 Sehr gut. Ups. Der Auslöser. Den haben wir nicht dabei. Also. Redstone Kiste. Für die nächste Nacht werden wir da wieder vorbereitet sein. Das geht dann schnell bis Nacht ist. Die Folge. Die Zähler muss ich noch updaten. Äh. Äh. Ja. Äh. Ja. Ja. Warte, prüfen wir. Und das. Redstone Kiste nehmen wir mal mit. Und. Sweefness. Lange zwei. Machen wir das. Großartig. Eicht geflogen was. Und. Rechtsdu cănary. Ach. Ja. Wir bieten uns hier. Die Community. Die Schöten. Doe den Schöten. Und. Und. Deine Schöten. Die Schöten. Die Schöten. Die Schöten. Die Schöten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, Boah, Boah! Re-pi-tea-rsch. Auf. Äh, was feiert uns? Stei. 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 Stei mehr. Ähm, Stei haben wir noch. Wo habe ich es auch noch? Hier rein. Stei. Stei. Hm. Stei. Hm. Ah, gut. Dann kommen wir mit rein. Hier von oben hin. Hm, gut. Creeper. Oben kennen. Unten. Auch kennen. Gut. Gut. Entschuldigung. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja. Boah, das ist mir mega langsam ohne Ding durch. Ohne Geschwindigkeit zu tranken. So, jetzt mit einer schon drüben. 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 So, jetzt mit dem Kaktus fertig bin. Dann kann ich auch wieder von vorne anfangen. Der ist wieder nachgewachsen. So, jetzt mit einer schon drüben. Okay. Oder sie kommen gar nicht. Enderman! Da kann ich mit dem Pfehlbogen nicht treffen, für das habe ich das Schwert. Falls ich ihm... Die Pfehlbogen kann ich rein tun, vielleicht bin ich die am Sammeln. Dann machen wir noch ein bisschen Blümli. Jetzt haben wir sie. Ja, genau. Die Pfehlbogen 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 Jetzt ist aber schon fast unten gegangen. Aber am Morgen können wir es auch mal hier kommen. Irgendwann Jetzt ist schon einiges aufgegangen. Na ja, da kann man es doch nehmen Gut, also jetzt für das nächste Projekt brauchen wir eine ganze Menge Kettinnen Das heisst wir brauchen wieder eine Menge Eisen Also einfach das gleiche Projekt Eisen, we need Eisen Alles was Eisen hergibt Alles Eisen Öh Bisa Mhm 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 Mhm, okay Das ist das? Ja. Ja. um sieben da kann man nicht wirklich kaffee weit jetzt fragen mich wen wir da wollen im Moment haben wir hier einen Aufgang gemacht ja ähm bevor wir jetzt weiter machen können mit dem brauchen wir brauchen wir Eisen tja, also Pickel für einen bereit machen für meinen nehmen wir ihn zwar in der nächsten Folge aber wir machen es mal bereit mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem So ein Dabe. Redstone, immer noch. Moment. Die Wunde brauchen mehr. Ich kann nicht mehr da. Wir brauchen eine Schaufel. Bickel. Haufen Facklen brauchen wir. Wenn wir noch etwas holen. Das können wir hier rein tun. Das versorgen wir, das schmeissen wir weg. So. Ich bin noch normal. Das ist richtig. Wir sehen uns auf den Weg. Es ist zwei Töne. Die haben wir schon weg. Eine. 20 Euro. Gerechtigkeit. Die sind sie mit ihnen. Wo ist der mit Glück? Fortun, ein Fortun, irgendetwas. Fortun, zwei. Fortun da. Sehr gut. Türen beenden und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss zusammen. Türen beenden. Türen beenden. Türen beenden. Türen beenden.